Ich bin Sarah Mettner und als Head of Vocational Education and Training bin ich in der Greiner AG für die Greiner Academy und unser Lehrlingsausbildungszentrum verantwortlich. My name is Jana Davis. I am the Head of Human Resources for Greiner Bio 1 North America and a member of the Global Diversity Working Group. My name is Benjamin Prio and I'm a Global Senior Expert Health and Safety. Die Greiner Academy ist unsere interne Weiterbildungsstätte, mit der wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend ihrer Fähigkeiten und Qualifikationen weiterentwickeln. My personal commitment begins with acknowledging underrepresented groups as a real thing needing real attention. These groups are a source of untapped talent, leadership and innovation. At Greiner Packaging International, we are working towards developing the safety culture to protect and improve the health of our colleagues worldwide. Das Ausbildungsprogramm der Greiner Academy umfasst unter anderem innovatives Denken. So wollen wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fit machen für die Zukunft. Increasing awareness of diversity and inclusion while challenging our perspectives and biases motivate me to continue towards change. Our actions move us past the status quo. We have to ensure that our sites, our activities and our production processes are as safe as possible. We'll keep working to decrease the number of major accidents. Now more than ever. Jetzt mehr denn je. Now more than ever. Jetzt mehr denn alles vorbei. Komm weg from jetzt. Jetzt mehr denn je nach." Du bist. Du bist.